SIR! Woll ich nicht? Woll ich auch nicht. Scheiß auf die 1 T. Ähm... Kagimon Village? Wie? Weißt du aber nichts. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich da hin? Über Snowstorm Village? Ich bezweifle. Western Village könnte sein. Ähm... Gehen wir erstmal hier den ins... Hier hinten. Haaaa... 20M... Ja, wir haben es ja. Da, 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 da... Also bedenkt, ähm, sobald ich ein neues Spiel gefunden habe, ist Digimon wieder pausiert. Das ist jetzt nur zur Überbrückung, damit ich irgendwas habe. Ähm... War da CC, ne? Und MC3, genau. Äh, Mapclosen. Gibt es hier noch einen zusätzlichen Eingang? Gibt es hier nicht. Äh, ich war doch... Da war nichts anderes. Ich war ja doch schon. Ooooooh... Wo geht es denn hier weiter? Ähm... Aber wofür haben wir... Wofür... Äh, pfff... Ich wollte gerade sagen, wofür haben wir Google... Google... Wir gehen jetzt kurz zurück. Ihr könnt im Hintergrund Musik hören, während ich hier porte. Ähm... Joinmax.com.dmo. Da heißt es doch. Jetzt wisst ihr auch, äh, wo ihr Digimon Masters Online herbekommt. Ihr geht auf joinmax.com.dmo. Könnt euch das Spiel runterladen. Link ist auch unten in der Beschreibung. Ähm... Ja, seit kurzem habe ich Twitter. Ähm... So, alles mögliche werde ich auf Twitter irgendwie posten. Mein Gott, lädt das lange, Alter. Was ist denn da los? Immer diese Kackseiten, ey. Virus Games, ey. Ähm... Village of the Beginning ist es nicht... Ich denk mal Western Village, oder? Ey, wenn das Snowstorm ist, dann kotzig. Boah, könnte die Seite sich mal öffnen? Was ist denn los? Alter Vater, ey. Das leckt so krass, ne? Ja, beziehungsweise lädt so lang. Das leckt nicht, das lädt. Genau wie Digimon. Alles am Laden. Laden, 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 laden. Ähm... 600 Abos, genau. 600 Abos haben wir erreicht. Hammergeil, oder? Richtig fit. Ich bin voll happy. Ähm... So. Ich bin jetzt grad auf der Seite. Regarding White Candy Quest. Extra Maintenance. Top Guild Event. Server Maintenance. Queries are welcome. Part 2. So. Mein Gott, der lädt ja... Pfff... Oh, wisst ihr was, ey. Wir suchen einfach. Das dauert ja ewig, bis ich hier durch bin. Wie komme ich jetzt zu dieser neuen Map? Das kann ja nur hinten bei Dingens irgendwo sein. Ähm... Desert. Wo könnte das sein? Das könnte hinten bei der Digimon Farm weitergehen? Aber von der Digimon Farm aus kommen wir schon zu Dingens. Vielleicht in der Maze? Hm... Warte mal endlich. Ich schaub da einfach mal. Vielleicht sind ja manche hier hilfsbereit. How do I get to the desert? P-M-M-A-P-L-S. Oh, das ist, wenn man sich nicht den ganzen Geisters erkundigt. Ansonsten mach ich gleich einen kurzen... Warte mal. Tempel? Vielleicht hier durch? Oder bin ich falsch informiert? Ich hab keine Ahnung. Irgendwie hab ich gehört, dass es eine neue Map gibt. Der hat mir das nochmal erzählt. Ich bin voll aus Digimon raus gerade. Weil... Also... Im Moment. Antworte, Digga. Hält nie. A-R ни hat mir sehr. D- kullan. T- Dil quasi. trage? Und in hoxe? Fertig? T- batteries slapper. Und dann Pritz? Ist also noch mega, diese T-T. Im Moment. Wens issue noch lange irgendwie看reste Schmerzen, Hast du nicht gut? Viel Zeit. Egal wir gehen jetzt einfach Wenn, wenn da ne neue Map ist und ihr wisst wie ich da hinkomme, falls ich das nicht bis dahin irgendwann rausgefunden habe, könnt ihr es mir unten in die Beschreibung schreiben, ach nicht in die Beschreibung, in die Kommentare bitte Ja, ich habe nämlich gerade keinen Plan, vielleicht gibt es die neue Map oder es gibt sie nicht aber ich glaube es kam doch nur dieser Dschungel raus bis jetzt in Korea oder? Auf der koreanischen In der koreanischen Version Hm Einem verwirrt Egal wir machen uns jetzt auf den weg zum level Ich hoffe darkness haut auch ein bisschen schaden raus, was macht denn der Digitierma Ability 716 hat das nicht viel, das ist echt nicht viel und ich habe kein ding an sein Jaja ist okay Aber 716 ist markanten wenig Das ist ja Okay, es ist immer noch mehr als den ganzen mal Trainermann Glaube ich Was hat denn der auf 99? Ah, ich sollte auch mal die Chips Chips, glaube ich Nee, die Chips sind erst ab 1,60 oder? 6,50? Ich weiß es gar nicht Mal kurz gucken 6, ab 5,50 Oh, meiner ist sogar Virus Buster, der hier auch? Nee, der ist NSO Nee, der ist NSO Ich wusste Ich hab's gewusst Also brauche ich meine All-Eatree-Boot-Chips Also brauche ich meine All-Eatree-Boot-Chips Ah, und die habe ich sogar dabei Hammer, nice Die sind auch 55 Nice Läuft doch Da, 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 da Oh, mein Gott Fick das Mal gucken Gibt's hier irgendwas neu? Nein, gibt's nicht Darf ich die jetzt kurz tauschen? Äh, sortieren Fetten Danks Jetzt hat er auch ein bisschen mehr Attack Ach ja, ist das schön mal wieder Digimon zu sein Aber es ist nicht spannend, ganz ehrlich Ähm, ich kann euch sagen Das Spiel, das bockt im Moment gar nicht Wenn da jetzt nichts Neues wäre, wäre ich aufgeschmissen Aber jetzt habe ich ja wieder eine Möglichkeit irgendwas zu leveln Ähm, Aura Kingdom kann ich nicht weiterspielen Weil da müsste ich ja Solo weiterspielen Das ist halt scheiße Ich habe zwar einen Solo-Charakter, den zocke ich auch Aber, äh, ganz ehrlich Aura Kingdom ist so so ein Pay-to-Win-Game Äh, was heißt Pay-to-Win? Pay-to-get, äh, new New Clamotics Also, äh Um besondere Viecher zu bekommen Musst du cachen Oder ultra viel Glück haben Weil du brauchst 10 Key-Fragmente Oder 10 Oder einen einzigen Key Den du mit einer Chance von 0,000000 Was weiß ich Prozent bekommst Ähm Das ist der Wahnsinn Ganz ehrlich Du brauchst so so Drop-Dinger Und dann kannst du täglich so, so Den Eidolon-Dungeon besuchen Und dann hast du eine Chance So ein Key-Fragment oder so ein Key zu droppen Äh, der Muster macht das im Moment ganz oft Äh, der müsste glaub ich auch schon ein neues Vieh haben Aber der hat auch ordentlich gecached dafür Denke ich Ja, glaub schon Ähm Das ist nicht lustig Und dann soll mir jemand nochmal sagen Dass, äh, Digimon Pay-to-Win ist In Digimon kannst du den Scheiß wenigstens farmen Kann und nicht Da hast du zwar auch ne Relativ geringe Chance Aber, ey Verglichen mit Aura Kingdom ist das gar nichts Das ist wie Weihnachten Der Kang hat so vor, als hätte ich gerade Frame-Einbrüche Aber irgendwie hab ich sie doch nicht Und wieder häng ich auf Digimon fest, ey Der Wahnsinn Egal, ich werd die Folgen jetzt so gestalten Dass ich einfach so zocke, wie ich immer Bock hab Und dann Es wird auch ne Zeit geben, in der ich einfach nichts sagen kann Weil ich Gelangweilt von dem Spiel bin Und euch nicht langweilen will Mit meiner gelangweilten Stimme und so Zieh in eine neue Map Nein Alles klar Dann Äh, gut, was können wir nehmen Jaja, ist okay Ähm Wir sind Virus, ne Das haben wir für ATTEC jetzt 834